Hey Freunde, ich bin Slami, willkommen zu einem neuen Video von mir und Leute, heute machen wir ein Minecraft Build Battle und zwar bauen wir ein McDonalds, wie ihr hier sehen könnt und mit dabei sind Emily und Lix. Hey, hey, hallo. Und Freunde, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und aktiviert rechts die Glocke, das würde mich sehr, sehr freuen und so verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr und bekommt immer eine Benachrichtigung, wenn wir ein Video hochladen. Gebt dem Video auch einen Daumen nach oben, kommentiert was Liebes mit dem Hashtag LamiArmy oder auch LixArmy oder auch Team Emily, dann habt ihr eine höhere Chance im nächsten Video eingeblendet zu werden und Leute, ich würde sagen, seid ihr bereit gegen mich zu verlieren? Auf jeden Fall. Äh, verlieren? Haha, da falle ich dieses Mal nicht drauf ein. Ah, okay. So, wir haben wie gewohnt am Anfang 30 Sekunden Zeit und ich habe mir schon ein paar Sachen vorbereitet. Habt ihr das auch schon gemacht? Äh, ja. Ja, hör, hör. Okay, okay. Oh, hey, Emily. Na ja. Wird da etwa geschummelt? Na ja. Nein. Freunde, ich würde sagen, seid ihr bereit? Oh ja, und wie? Ja, auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, es geht los in 3, 2, 1 und los. Oh, das wird schwierig, Leute. Das wird echt nicht leicht. In 30 Sekunden ist es, glaube ich, echt ein bisschen schwer. So, okay. Ich glaube aber, ich baue, was viel zu groß ist. Oh, oh. Ich glaube, ich ehrlich gesagt auch. Oh, oh. Okay. Wie viel Zeit haben wir noch? 20 Sekunden haben wir jetzt. Okay, okay. Noch 10 Sekunden, oder was? Äh, ja, ehrlich gesagt. Noch 5. Äh, oh, 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 oh. So. Und? Und vorbei. Okay, meins sieht wirklich sehr komisch aus. Das sieht gar nicht aus wie ein McDonald's. Oh, oh. Ui. Äh, ja, vielleicht auch eine Hüpfburg könnte es auch sein. Äh, Emily, hast du aber geschummelt? Äh, nein. Ich, äh, das ist aber eine eigenartige Tür. Ja, äh, okay. Ja, es ist okay. Willkommen in meinem McDonald's. Was wollen, äh, was wollen sie haben? Äh, wo sind denn die ganzen Herde und so? Äh, wo ist überhaupt die Decke? Äh, wir gehen einfach weiter zu Emily's McDonald's und... Und, oh. Ui. Okay, oh, mit einem Burger und Pommes. Ja, natürlich. Okay. Das ist echt gut. Den könnt ihr euch gerne alle klauen, das war meine Idee. Ja, ja, das mache ich. So, wir gehen rüber zu Emily's. Meins ist jetzt nicht so besonders krass geworden. Oh, ein grüner McDonald's jetzt. Oh, Lee's. Ja, ist ein bisschen klein, ehrlich gesagt. Ich dachte mir, ich mache den mal nicht so groß bei 30 Sekunden. Ja, aber das passt schon. Ich würde sagen, wir gehen dann weiter. Okay. Ihr müsst, wie gewohnt, in die Kommentare reinschreiben, wer die erste Runde jetzt gewonnen hat. Und jetzt würde ich sagen, seid ihr bereit für die zweite Runde? Oh, ja. Jetzt haben wir zwei Minuten Zeit. Seid ihr bereit? Ja. Und wie? Okay, drei, zwei, eins und los. Okay. Ich hoffe, das ist einfach mal eine bessere Version zu machen von dem McDonald's, den ich eben gebaut habe. Und ihr so? Ja, ich, ich auch. Ich möchte jetzt auf jeden Fall erstmal, äh, was bauen, was auch aussieht wie ein. McDonald's. Es sollte nicht zu groß sein, auf jeden Fall. Aber eigentlich habe ich mir nichts Großes vorgenommen. Jetzt, wie viel Zeit haben wir noch? Äh, wir haben jetzt gerade 30 Sekunden vorbei. Es geht auf jeden Fall echt schnell. Ja. So wie es aussieht, haben wir nur noch eine Minute. Okay. Okay. So, also Halbzeit, sagst du? Oh, ja. Oh. Oh, jui, jui. Äh, ich würde sagen, mein McDonald's ist, äh, ein bisschen besser geworden als das eben. So, ich muss hier aber auch innen drin mal was dekorieren. Oh, ja, stimmt. So, okay. Das kommt hier hin. Dann kommt hier ein Stuhl hin. Okay. Ja, ich glaube, das sollte passen, Freunde. Und es ist vorbei. Ich bin auch fertig. Warte mal, ich habe meine Decke wieder vergessen. Irgendwie sind meine McDonald's immer ohne Decke. Ich würde sagen, kommt zu mir rüber und dann könnt ihr einen Einblick verschaffen, wie ihr es findet. Ui, 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 ui. Oh, okay. Ja, doch, doch. Hier kann man wenigstens aufsitzen. Hier ist noch ein Burger. Aha, der Burger, der kommt mir bekannt vor. Ja, okay, wir gehen einfach mal rüber zu Emily und wow. Ui, Emily. Warte mal, sollte das ein McDrive sein? Äh, äh, ja, hier noch ein paar Links da rein. So, dann ist es nicht ganz so. Okay, ja, finde ich schon viel besser. Ja, aber wartet auf den nächsten. Okay, auf die nächste Runde, oder? Fünf Minuten, ja. Ich glaube, da werden wir alle was mega cooles bauen. Und, okay. Das ist quasi die bessere Version von meinem Mac ist von eben. Warte, ich will nochmal vergleichen. Ja, das ist echt ein kleines Update. Wow, okay. Freunde, dann schreibt ihr jetzt in die Kommentare, wer hat die zweite Runde gewonnen. Also, wer hat hier bei der zwei Minuten Runde gewonnen. Und jetzt sehen wir mal, wer die fünf Minuten Runde gewinnt, okay? Oh, yeah. So, dann würde ich sagen, seid ihr bereit? Auf jeden Fall. Okay, da versuche ich mich jetzt auch anzustrengen. Dann würde ich sagen, drei, zwei, eins und es geht los. Hm. Bin ich echt mal gespannt, was ihr jetzt gleich so baut. Ja, ich auch. Und ehrlich gesagt, habe ich nicht so einen Plan. Aber ich weiß auf jeden Fall, es wird besser als die anderen McDonalds von mir. Okay, dann bin ich gespannt, Lamy. So, okay. Habt ihr schon einen Plan, was ihr gebaut? Ja. Das ist eine ganz grobe Idee, ehrlich gesagt. Aber so einen Plan wirklich noch nicht, nein. Ja, okay. Ich glaube, mein McDonalds sieht von vorne jetzt schon viel, viel besser aus als die davor. Äh, Leute. Ja. Irgendwie weiß ich nicht, ob ich das hier schaffe mit fünf Minuten. Äh, wie? Das weißt du jetzt noch schon nicht? Ja, irgendwie sieht das... Das ist doch eine super lange Zeit. Ja, das sieht aber irgendwie komisch aus bei mir. Du hast noch genug Zeit, um von vorne anzufangen. Äh, ich glaube nicht. So, ich mache das einfach weiter. Eine Minute ist auf jeden Fall jetzt vorbei, Leute. Oh, okay. Noch vier Minuten Zeit haben wir. Ich glaube, das sollte passen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ich hoffe es mal. Habt ihr denn schon irgendwie, äh, Inneneinrichtung? Nein, ich bin noch außen dran. Ich habe noch nicht mal die Fassade fertig. Ich auch nicht. Oh, okay. Ich bin auch erst bei der Fassade. Aber ich glaube, ich bin gleich fertig von außen. So. Ich muss auch das Dach diesmal wirklich bauen. Und noch das McDonalds-Schild. Das kommt auch auf jeden Fall hin. Oh ja, das habe ich jedes Mal vergessen jetzt. So, okay. Dann würde ich sagen, hier fehlt auch ein bisschen gelbe Farbe. Dann wird das Dach einfach mal gelb. So. So, ich glaube, das sieht ganz cool aus bei mir bis jetzt. Ein gelbes Dach. Uiuiui. Mhm. So. Der gewagt, auf jeden Fall. So, ich bin auch gleich mit dem Dach fertig. Wie sieht es bei euch jetzt aus? Ich ziehe gerade noch die Wände, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dann bin ich so bei der Inneneinrichtung. Wir sind jetzt gerade bei zwei Minuten übrigens. Oh, okay. Und Emily bei dir? Äh, ich muss sagen, bei mir sieht es richtig gut aus. Ich bin richtig stolz auf meinen McDonalds. Mhm, ihr werdet gleich denken. Oh, Emily, da hast du was geschafft. Ich würde am liebsten sogar jetzt schon rüber gucken. Aber das dürfen wir ja nicht. So, hier kann noch ein bisschen Licht hin. Willst du ja auch nicht die Überraschung versauen, Lamy? Genau, Freunde. Und ihr müsst dann wie gewohnt am Ende dann bewerten, welches am besten war. Also in der ersten Runde, in der zweiten Runde und dann jetzt hier gleich in der dritten Runde. So, ich glaube, das sollte passen, wie ich das mache. Okay, jetzt kommen noch die Burger hin, Freunde. Diesmal werde ich mega die coolen Burger verkaufen. Was heißt denn coole Burger? Leckere Burger, also Special Burger. Was sind so deine Lieblingsburger bei Meckles? Mh, Chicken Burger. Freunde, ihr könnt jetzt auch in die Kommentare schreiben, was ist euer Lieblingsburger. Das würde mich auch mega interessieren. Oh ja, mich auch. Oh, lecker, Chicken Burger sind so gut. Und was sind eure Lieblingsburger? Mh, ich glaube, ehrlich gesagt, auch der Chicken Burger. Oh ja, gute Wahl, Chicken Burger ist echt lecker. Aber wisst ihr, was auch sehr lecker ist bei McDonalds? Ja. Das Eis. Oh ja. Ein McSunday oder ein McFlurry, das ist echt lecker, Freunde. Mit Schokosauce. Oh ja. Ich bin auch eher der Schokofan, nicht der Karamellfan. Nee, ich mag Karamell auch nicht so wirklich. Äh, warte, wie viel Zeit haben wir gerade noch? Wir sind jetzt bei vier Minuten. Oh, oh, okay. Eine Minute Zeit habe ich noch für die Inneneinrichtung. Und ihr? Äh, ich bin auch gerade so halbwegs bei der Inneneinrichtung. Ich hoffe, das sieht gut aus. So, okay. Ich habe den Boden jetzt gemacht. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus bei mir, muss ich sagen. Okay, äh, ich habe gerade ein bisschen, äh, ich werde ein bisschen hektisch, um ehrlich zu sein. Echt jetzt? Ja. Okay. Also bei mir sieht es eigentlich bis jetzt ganz gut aus. Ich muss noch ein paar Tische hier hin machen. Dann, ja, ich glaube, das sollte schon, das sollte schon passen, gerade wie es ist. Ja, auch gerade super Mühe, dass es irgendwie halbwegs fertig wird hier. So, okay, Freunde, bei mir wird es auf jeden Fall am Ende noch mega cool sein. Also ihr könnt da schon was mega cooles bei mir erwarten. Wartet einfach ab, okay? Okay. Oh, yeah. So, da gibt es leckere Burger für jeden von euch. Ich glaube, das ist sogar ziemlich gut, was ich hier gemacht habe. Okay, wie viel Zeit haben wir noch? Äh, noch 20 Sekunden. Oh, okay, ich muss schnell noch das, äh, Zeichen hier machen, so. Und, ich glaube, die Zeit ist vorbei. Nein, Mac, äh, ich mache noch das McDonald's Zeichen. Okay, fertig. So, McDonald's Zeichen? Das habe ich sogar vergessen zu bauen. Oh, yeah. Haha. So, dann kommen wir zu mir rüber und willkommen in meinem McDonald's. Oh, wow. So, also man kommt hier rein. Äh, hier gibt es eine Kasse, hier gibt es eine Burgerauswahl. Und auf den Tischen, da sind die Burger schon vorbereitet für euch. Oh, wie lecker. Ich bin leider auch nicht ganz so fertig geworden. Ich hatte hier noch ein bisschen außen dekoriert und vielleicht noch so einen Automaten hier draußen hingemacht, aber... Oh, aber es sieht schon sehr gut aus, Lamy. Oh, ja, es ist mega gut. Jetzt bin ich mal gespannt auf euer McDonald's. Und... Oh, guck mal von vorne, wie schön. Okay. Ja, ich habe die Burger leider vergessen, aber ich habe hier noch ein paar Burger von Lamy. Oh, okay. Oh, wie findet ihr das mit dem Holz? Ja, schon mega stylisch, aber... Oh, du wirst sogar gleich bei mir sehen. Ich hatte eine ähnliche Idee. Echt cool. Jetzt bin ich mal gespannt, dann lass uns einfach zu Lix gehen und... Wow. Du hast McDonald's Autos. Ja, ich habe die auch gerade zufällig gesehen. Was? Wow, Lix. Cooler Automat, noch so ein Süßigkeiten-Automat. Aber halt. Hä? McDonald's hat keine Automaten. Äh, 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 ich habe keinen Automaten gesehen. Okay, okay, da hast du dich nochmal gerettet. Aber, Freunde, ihr schreibt in die Kommentare, welches fandet ihr jetzt in der dritten Runde am besten. Ich bin gespannt, ob ich überhaupt eine Runde gewonnen habe, weil ich muss sagen, Emilys und Lix McDonald's war schon mega cool. Freunde, aber ihr entscheidet ja in den Kommentaren. Ich bin gespannt und Freunde, schaut auch unbedingt bei Lix vorbei, da haben wir auch mega coole Videos gemacht. Und Leute, lasst ein Like da, abonniert diesen Kanal, das wird mich mega freuen. Und ich hoffe, ich schalte dann morgen bei dem Video ein. Das wird auch mega cool, wie immer, Freunde. Und tschüss. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.